haben wir irgendwo ein schlüssel und ich glaube wir haben irgendwo ein hier ist soll bei uns kann ich ihn haben oder habe ich oder ich glaube ich habe ich habe oben noch eigentlich warum frage ich dann weil ich dumm bin ja was für was brauchte ich das jetzt hier da haben wir sie und ich brauche die stufe vibrant die da wenn Melvin wieder da ist dann dann kann ich ihn schön ausnutzen dass er ja was mache ich damit mit Melvin dann eigentlich keine ahnung wie Brand Alloy kriege ich so Energetik Alloy kriege ich Redstone Gold Glowstone Egal das da rein das da rein einmal das einmal das einmal das ab in den Schmelter den kurz ausschalten das 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 war und anschalten genau das brennt durch wenn du Enderperlen hast immer her damit ich mache gerade die nächste Quest ich brauche ich äh ja was brauche ich ich habe Brot hier ich bin auch ne zur Not Essen haben wir auch hier alles und so ja aber ich bin so langsam wegen dem Kackstern dann brauche ich ja wieder den Nethers da stimmt ja da war ja was Stimmt Melvin wollte hier die Tieraketen machen du ja der muss einige machen der sollte eigentlich na ok sollte ich gleich auf ähm Dings gehen auf die Tier 3 ja aber ich glaube dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Dash also ich denke mal dass ich das regeln lasse also ich habe so viel Eisen das ist so schön wieso habe ich nicht so eine Kapazität da äh so ein so ein so ein ich kann mal zu euch gucken ob ihr sowas habt ich glaube ich euch das alles klar rip meine Ohren ja gut wir haben noch ein bisschen was äh Kohle wer hat das nicht coole Frage ich hä wo baust du die Maschinen hin nicht gesehen ich dachte unten bei dem Generator baust du die hin oder baust du die hier draußen hä bist du blind hä willst du mich verarschen bist du blind hier ist ein extra Raum entstanden hast du die noch im Inventar was die ganzen Maschinen oder ja ja ach hier haben wir so ein Double Layer cool gibt gleich mal ein bisschen Speed hier drauf hm was mache ich dafür das Trippen was nein weißt du ich habe warum ich den Sommer hasse fliegen fliegen ja ich habe ein Fillet Fuel Kannister aus dem Reward weg gerade jetzt wo muss ich es nicht mehr brauchen oh Gott oh Gott mein Recken oh Gott oh war schon schön so ne ja ja ich suche aber gerade hä shit ich möchte es dann anders machen ok dann geht es weiter im Geschäft weil ich glaube hier mache ich nämlich auch das eine ja ich habe es heute ich habe es halt einfach heute war doch gar keine Schule warte mal was heute Samstag heute war doch gar keine Schule ne Zero Point Dings Bums so so was ja ja oh ups 1 ja ich brauche das da genau hammer 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 nicht mehr was war das stahl kohle und da haben wir das so da haben wir Stahl und da haben wir das ok scheiße ich hab habt ihr noch bisschen Marmor ähm was ist Marmor das ist Marble ja Marble Marble oder war das Marble ja doch Marble war das da haben wir 6 x 64 also 6 Decks da 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 so oh mein Gott jungle 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 bitte 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 jahgje 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 Und was wollen wir wetten was hier drin ist? Das ist ein Basic. Sagen wir mal so die Futter Dings da hier kennen. Ne. Was denn? Endermans bohren. Achso gut. Besser essen. So weißt du? Ja gut, Essen haben wir ja auch mal was. Ist da jetzt wieder kein... Wir brauchen definitiv irgendwie Steam. 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 Ne. Steam. Carbon Dings da. Steam haben wir ja. Oh Gott. Carbon. Wir brauchen eine bessere Holzplantage. So weißt du? Die so alle fünf Minuten so... wird abhackt. Ja. Ja okay. Ich krieg die Krise hier. Ja. Oder... Ähm... Wo man halt... Naja... Halt mit... Dings... Ähm... Mit Dings... Decompressen tut... Und dann... Okay. Ich versteh kein Wort. Du wirst das schon machen irgendwie. Ähm... Ja. Und... Apropos machen... Ihr habt nicht zufällig einen Ender-Crystal. Was? Ja... Für die... Für eine Quest für den Dimensional-Trans... Äh... Transceiver... Braucht man ja ein... Ach du Scheiße. Brauchst du noch einen Ender-Resonator? Nö. Mach ich nie. Dauert mir zu lange. Egal. Ähm... Ach... Ich hasse fliegen. Mein Kind im Hintergrund... Ich... Ich... Ich muss nur kurz weg. Deswegen... Ach so. Bis gleich. Ja. Bis gleich. Na da. Dann machen wir hier weiter. Ähm... Palim palim palim. Palim... Palim... Hier. Rottenflash 32. Und einmal das. Okay. Läuft. Rotten... Ja. Gut. Mit Rottenflash war es das dann. Ich wollte gucken. Was brauchen wir für die Space Stationer. Da war doch irgendwas. Ähm... Okay. Das ist voll. Wie sehe ich das noch ein, was ich für die Space Station brauche? Ich habe jetzt keine Lust hier hoch zu fliegen. Rife Moons in Satelliten. Doppelklick. Ja komm. Jetzt. Ähm... Ach so. Ah. Nein. Was auch immer ich gerade gemacht habe. Ich weiß es nicht. Dann. Schauen wir einfach mal los. Viens nicht mehr los. Ja. Ja. Da sind es genau zu. Ja. Da sind wir dabei. Ja. Abonnieren. Ja. Abonnieren. Undpass. Die. So, dann werden wir dann mal gucken, was wir für die Spacetage brauchen und dann fange ich damit an. Ich hoffe immer nicht allzu viel. So, und zwar hier, wir brauchen einmal Advanced Wafer. 1 AdWords Wafer, 32 Tin, 16 Alu, 24 Iron. Sehr schön, jetzt fliegen wir aber zurück zum Mond. So, und Launch. Warten wir jetzt ein bisschen Fuel Verschwendung aber egal. 2 Gut, da kommt der Mond. Und 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 und. Geil gelandet, so muss es sein. Einmal das raus. Und da hingesetzt. Einmal die raus. Und da hingesetzt. Jetzt habe ich nichts fürs Fuel Shit. Egal. Wir machen uns an die Space Station. Wie sieht es hier mit dem Holz aus. Soweit eigentlich ganz gut. Ach Leute, jetzt. Ach Leute, jetzt. Ach Tyrods. Jetzt weiß ich warum so wenig ist. Ihr habt doch irgendwo Kohle gehabt, hat er gesagt. Wo? Rocket? Nein. Erzeug? Nein. Bleibt. So. Dann tauschen wir das hier nämlich einfach nur aus. Das sind mir welche. Aber gut, in der nächsten Frage setzen wir uns dann an die Space Station Ressourcen. Und dann bauen wir unsere Space Station.